servus leute und herzlich willkommen zum live commentary am 29 jänner ja am 20 februar ich geburtstag nicht mehr lange und dann werde ich wie alt wer weiß es in die kommentare damit wir spielen heute wieder einem lauf auf palace oder wie auch immer und hat es wieder besser time ich hoffe wir werden jetzt mal wieder erster es wäre ganz schön ok jetzt wird so rasch die haben alle noch ein schuss ich sollte mir mal das live mit dem weg stellen kommen meiner kopf ja das nein jetzt verkack ich auch noch richtig kacke gelaufen so ansatz geht ich würde mal sagen tübel what the fuck wirklich what the fuck tschüss da war kann oder ist der oben oder unten oben oder unten oben oben so ihr kleinen schweinchen ich hab verkackt beim neifen 72 leute 72 10 er geht 10 er geht immer ich weiß gerade nicht ob ich jetzt ein double kill mit einem schuss gemacht habe nein 83 kann man lassen erster platz und ich sag wieder tschau leute haut rein bis zum nächsten mal euer maschine euer maschinen bleibt dran wird aktiv man 608 abonnenten und auf dem video was drei da gehoben ist 100 aufrufen ist nicht viel also go go man also tschau sen bis zum nächsten mal euer maschine